Kommen wir direkt zum nächsten Vortrag und zwar erstmal, wow, sau ungewohnt, nicht mehr Facebook zu sagen, sondern jetzt Meta. Ich denke mal, da freuen sich jetzt so die Brandmanager bestimmt, dass ich das nochmal extra erwähnt habe, aber naja, ist halt ein Prozess, bis das Ganze so, ja, bis das Ganze dann überall komplett eingegangen ist. Sie haben uns nämlich ein ganz wichtiges Thema mitgebracht und zwar das Thema Discovery Commerce. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass nicht erst seit Corona immer mehr Produkte digital gekauft werden, aber was sich ändert, ist das Wie und das Wo und das ändert sich stetig. Und ich bin mir selber ziemlich sicher, dass es in Zukunft noch mehr über Plattformen, wie auch bei Meta, abgewickelt werden wird. Und deswegen absolut sehr, sehr spannend, jetzt mal so ein bisschen den aktuellen Stand zu sehen. Und dafür begrüßen wir jetzt Andreas Rau und Kira Grabner, Agency-Partner, hat über zehn Jahre Erfahrung in der digitalen Werbebranche, war bei Axel Springer, United Internet Media und Google. Und Andreas hat sich auch schon zugeschaltet und er ist Head of Media Agencies bei Meta, genau. Und genau, da machen sie halt sehr viel Arbeit mit den ganzen Agenturpartnern und er war bei Unique Digital, United Internet Media und Yahoo Europe. Einen wunderschönen guten Morgen, Kira. Einen wunderschönen guten Tag, Andreas. Habt ihr heute schon bei Instagram reingeschaut? Ja, natürlich. Du auch, Andreas? Ja, bestimmt. Obwohl ich sagen muss, ich bin auch immer noch ein Facebook-Nutzer. Vielleicht da nochmal ein bisschen altmodisch hinterher. Ja, okay, okay, okay. Ja, ich wollte jetzt nicht fragen, wer bei Facebook reingeschaut hat. Ich habe tatsächlich, also ich glaube, die meisten hier bei den Zuschauern sind absolut noch Facebook-Generation. Genau, aber sonst hast du recht, von der Demografie wahrscheinlich ein bisschen jünger dann eher Instagram. Aber wir dürfen auch zu Instagram. Also so ist es ja nicht. Ist ja für jeden was dabei. Genau. Vielen Dank, Marc, erstmal für die nette Vorstellung. Und uns fällt es auch manchmal noch ein bisschen schwer, Meta zu sagen, anstatt Facebook nach fast sechs Jahren. Ich bin Andi von Facebook, bin ich jetzt Andi von Meta, aber da sind wir uns alle. Genau. Wir haben ja gerade schon ein bisschen gehört, wichtiges Thema, Content, auch Nutzer und Kontrolle zu geben, was passiert mit den Daten. Und ich glaube, das ist eine grundlegende Voraussetzung. Wir wollen die Perspektive heute ein bisschen verändern. Was kann man denn tun mit solchen Informationen und wie kann man die denn optimal für Wachstum auch einsetzen? Ja, sehr gut. Sehr gespannt. Du kannst mal deine Slides schon einblenden oder mach das. Genau. Da bin ich jetzt gerade mal dabei und ich hoffe, ihr solltet jetzt dann was sehen. Hier sind wir. Das tun wir. Kann ich so bestätigen. Ja, klasse. Ja, dann möchte ich dich nicht weiter unterbrechen. Dann überlasse ich euch direkt die digitale Bühne. Wünsche euch beiden viel Spaß zugeschaltet hier beim Digital Bash und unseren Teilnehmern auch. Und wie gesagt, gerne in den Chat und in die Fragenfunktion reinknallen, was euch interessiert. Ja, viel Spaß. Bis gleich. Super. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie gesagt, wir wechseln die Perspektive in, was mache ich denn mit Informationen, um die optimal zu nutzen? Und wollen heute ein bisschen über das Thema Discovery Commerce sprechen. Das ist ein elementarer Bestandteil von dem größeren Begriff Social Commerce, was wir ja gerade eigentlich in allen Foren, Zeitschriften, Fachdiskussionen, ist das ja ein Trend, der durchaus häufig vorkommt. In den wollen wir ein bisschen einsteigen. Und da vorab auch mal eine Frage an euch stellen, die erste. Wie groß denkt ihr denn, wird der Social Commerce Markt in fünf Jahren sein, in 2026? Die Frage wird für euch, glaube ich, jetzt hier freigeschaltet. Ich präsentiere einfach ein bisschen weiter. Wir haben hier eine richtig große Spanne. Versucht einfach mal zu schätzen, wo wir rauskommen. Ich kann euch sagen, es ist ein relativ hoher Betrag. Es gab eine Stube von Januar diesen Jahres. Da wurde festgestellt, dass der geschätzte Compound Annual Growth Rate bis 2026 30 Prozent jedes Jahr sein wird. Also ein massiver Wachstum. Und dass wir auf einen Betrag von 1,95 Billionen US-Dollar kommen. Das sind schon 12,0 nach der ersten Stelle. Das ist relativ viel. Aber wichtig für uns vor allem erst mal drauf zu schauen, was lässt sich denn daraus folgern? Und das ist aus unserer Sicht, dass Marken und Retailer sich darauf einstellen müssen, stärker drauf zu gucken, wie wird denn eingekauft jetzt und in Zukunft und wie können sie sich dafür wappnen? Und da komme ich auch schon zu der zweiten Frage, die wir gerne an euch stellen würden, weil wir darauf auch ein bisschen eingehen würden. Wie hat sich denn dein Einkaufsverhalten in den letzten zwei Jahren verändert? Kauft ihr viel, viel häufiger online ein oder ihr gleich oder auch seltener? Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Self-Fulfilling-Frage. Ich kann mir schon vorstellen, wie die Antwort ist. Parallel erzähle ich mich ganz kurz dazu. Kannst du noch einmal die letzte Slide einblenden? Ja, natürlich. Weil wir haben noch nie gesehen, wir haben Umfragefehler von Zoom. Es kann irgendwie keiner abstimmen. Da kommt Polling Error. Polling not start or end it. Ja, keine Ahnung. Deswegen, vielleicht kann man der eine oder andere, schreibt doch mal A, B, C, D in den Chat. Genau. Und dann können wir vielleicht so zumindest ein kleines Meinungsbild einholen. Ah, die zweite ging doch jetzt. Ah, okay. Ja, dann können wir vielleicht doch die Ergebnisse von der zweiten einblenden. Aber ich glaube, das, was ihr ausdrücken wolltet mit der Umfrage, wird deutlich. Auch über den Chat. Ich denke, in der Zielgruppe, die wir hier haben, insbesondere, da ihr ja durchaus alle sehr digital seid. Aber ich glaube, das ist ja nur ein kleiner Startpunkt, um eine Geschichte auch zu erzählen, die ein Kollege von uns in Zürich während der Pandemie beobachtet hat. Das ist der Kartonberg, wo die Karton-Naschenabfällen in Zürich bei unserem Kollegen Dominik um die Ecke abgeholt werden. Zu Beginn der Pandemie. Und was er festgestellt hat, ist, dass der Berg massiv angewachsen ist, als es zu den ersten Lockdowns etc. kam. Ist, glaube ich, nachvollziehbar, relativ normal. Was so spannend war, er hat den Berg ein bisschen beobachtet über die Zeit und es fing an eher mit Möbeln. Als dann klar war, das dauert ein bisschen länger, das Ganze, kamen dann Consumer Electronics und Entertainment sehr stark dazu. Vielmehr auch zum Beispiel Lebensmittel. Und heutzutage ist ein relativ wilder Mix von allen Dingen. Was die spannendste Erkenntnis von ihm in diesem Fall, in dieser Anekdote war, ist, auch mit Erleichterung aller Maßnahmen, der Berg ist nicht mehr geschrumpft. Er ist groß geblieben auf der gleichen Höhe. Und das ist auch eine Frage, die wir sehr viel gestellt bekommen haben in den letzten Monaten. Was denken wir denn, welches Verhalten aus der Pandemie wird bestehen bleiben und welches wird vielleicht wieder ein bisschen zurückgehen? Und wir denken, dass das wirklich ein Verhalten ist, das Bestand hat. Und die subjektive Betrachtung aus Zürich können wir auch mit ein paar Daten objektivieren. Das sind jetzt in dem Fall Daten aus UK. Ich denke aber, dass das auch durchaus für Deutschland oder den Schweizer oder Österreicher Raum zutrifft. In UK macht heute schon der Handel online über 40 Prozent, nahezu 50 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Das ist erhoben vom Office of National Statistics und der höchste Wert, den die je gemessen haben. Und das sehen wir auch in anderen Branchen. Zum Beispiel hat Kanta eine Studie herausgebracht, die sagt, dass heutzutage schon mehr als die Hälfte aller Leute dafür offen sind, ein Auto komplett online zu kaufen. Also ohne es jemals Probe gefahren und getestet zu haben. Und ich glaube, das ist auch ein Wandel, den wir vor zwei Jahren noch überhaupt nicht so erwartet hätten. Wir gehen also Stück für Stück in eine Fifty-Fifty-Einkaufswert. Heißt, wir werden bald 50 Prozent aller Sachen digital einkaufen und 50 Prozent aller Sachen stationär. Erst vor kurzem habe ich auf der Horizont, leider nicht bei euch, Marc, eine Headline gelesen. Fast jeder Zweite kauft Weihnachtsgeschenke zum größten Teil mit dem Smartphone. Die beschriebene Studie sagt auch aus, dass in Deutschland zumindest 38 Prozent der Nutzer das schon sind. Heißt, es ist nicht nur digital, sondern auch immer mehr mobil. Und eine Studie, die wir mit dem GWI gemacht haben, mit dem Global Web Index, sagt auch, dass das vor allem dieses Wachstum am schnellsten bei den über 40-Jährigen ist. Also dieser Wandel in den Einkaufsgewohnheiten sehen wir in ganz Europa. Und wir sehen verschiedenste Trends da. Die haben sich alle verändert. Erstens hat sich verändert, wo die Leute einkaufen. Es hat sich verändert, welche Produkte sie einkaufen. Und es hat sich verändert, wie sie einkaufen. 47 Prozent der Online-Shopper sagen nach einer GFK-Studie, dass sie spontaner und impulsiver beim Einkaufen sind, wenn sie im Internet einkaufen. Also wir sehen eine Entwicklung vom geplanten Kauf zum Impulskauf. Laut einer anderen Studie von IBM mit der National Retail Federation sind die heutigen Konsumenten konstant im Shopping-Modus. Also 71 Prozent kaufen in sogenannten Micromonants, wenn sie eigentlich was ganz anderes machen, aber parallel dann doch nochmal etwas einkaufen. Wir kommen also vom Going Shopping zum Always Shopping. Und jetzt die Frage, was heißt das für Marketer? Ich würde sagen, die Rolle von Marketing war nie wichtiger. Warum? Weil wir sind, die diese konstante Erreichbarkeit im Always Shopping sicherstellen müssen für Marken und für Produkte. Byron Sharp hat in How Brands Grow schon vor einer ganzen Weile gesagt, dass es klar ist, dass Marken easy to buy sein müssen. Und das nicht nur im stationären Handel, sondern auch durch digitale Erreichbarkeit. Und wenn Konsumenten also jederzeit und an jedem Ort bereit sind, einen Kauf zu tätigen, heißt das im Umkehrschluss dann wieder für uns, dass jeder jeden Moment eine Chance hat, zu verkaufen. Jetzt ist nur noch wichtig zu wissen, was sind denn diese Orte und was sind diese Momente? Und ein wichtiger Indikator ist dabei natürlich die Medianutzung. Ich erzähle euch allen da nichts Neues. Die hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Die Reichweite von Nutzungsdauer von Mobile sind heute gleichwertig zu TV. Mobile bei den jüngeren Zielgruppen, Teenager und Millennials, das dominierende Medium, der dominierende Bildschirm. Und bei den über 35-Jährigen und auch den über 55-Jährigen wächst es rasant. Also kurz gesagt, die Lücke der Generation schließt sich in der Mobilnutzung gerade. Und Social Media spielt dabei auch eine entscheidende Rolle. Was heißt das nun wieder für Marketer? Um Markenmöglichkeiten zu geben, neue Kunden zu finden und damit zu wachsen, muss natürlich die Werbung darauf abgestimmt sein, wo sie die Konsumenten finden, vor allem neue Konsumenten und wo sie sich aufhalten. In Summe heißt das, dass wir auch überholte Zielgruppen-Stereotypen hinterfragen müssen und heute mehr denn je die Lücke zwischen dem Medienkonsum, dem veränderten und wo Werbeausgaben stattfinden, schließen. Denn wo entdecken die Menschen heute eigentlich neue Marken und Produkte? Wenn wir ein bisschen zurückgehen in der Zeit, war das Ladenregal die allerwichtigste Plattform, um Produkte zu entdecken. Auch das hat sich verändert. Stationäre Geschäfte werden weniger frequentiert. Es wird in ihnen weniger Zeit verbracht. Und Unternehmen müssen da verstehen, welche Kanäle dazu führen, dass Produkte oder Marken entdeckt werden. Also wo findet denn die Discovery wirklich statt? Laut Global Webindex ist es wichtig, diesen Wirkungsverlust des Ladenregals auszugleichen. Und Social Media ist laut Global Webindex ein essentieller Kanal, sogar die Nummer eins vor TV und Search laut deren Daten. Und eine Studie, die wir mit der GfK durchgeführt haben, besagt auch aus, dass 82 Prozent aller Nutzer von Facebook oder Instagram neue Marken oder Produkte darüber entdeckt haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch auf einige von euch zutrifft und würde jetzt auch gleich in die letzte Frage von uns, in die letzte Umfrage reinlaunchen. Wie oft hast du denn schon ein neues Produkt auf Facebook oder Instagram entdeckt? Von sehr häufig bis vielleicht auch noch nie. Was ich sagen kann und was absolut sicher ist, dass es auf mich definitiv zutrifft. Das hier ist mein Homeoffice. Also ich sitze jetzt genau hier, genau an diesem Schreibtisch, in diesem Augenblick und spreche zu euch. Aber warum zeige ich euch das Ganze? Zu Beginn der Pandemie sah das alles hier noch ganz anders aus. Ich musste mir einen Arbeitsplatz einrichten. Da kam ein neuer Schreibtisch irgendwann dazu. Dann das Portal, also das kleine Videoconferencing-Device, was hier unter dem Bildschirm steht. Ein Mikrofon, dass ihr mich auch gut verstehen könnt. Und noch etwas anderes, was ich auf Instagram entdeckt habe. In meinem Feed ist diese Werbung aufgepoppt und ich hatte noch keinen Laptop-Ständer für zu Hause. Und habe mir diesen dann auch spontan gekauft. Und das ist ein Beispiel für Discovery Commerce. Discovery Commerce ist also dieser konstruierte, glückliche Zufall. Der hilft, das Paradox der unbegrenzten Auswahl zu lösen. Also das Problem, dass wir eine nahezu unendliche Auswahl an Produkten und Informationen auf der einen Seite haben über die Digitalisierung, aber gleichzeitig sehr begrenzte Zeit- und Verarbeitungskapazitäten zur Verfügung stehen für jeden Einzelnen von uns. Discovery Commerce ist also der Moment der Vorhersage. Also wenn wir über Machine Learning antizipieren können, was ein Nutzer möchte, bevor sie es manchmal selbst genau wissen, dass sie es möchten. Discovery Commerce führt damit auch zu einem neuen Verständnis des Sales Funnels, in dem in dieser personalisierten und sehr einfachen Erfahrung die Dauer vom Entdecken eines Produktes bis zum Kauf häufig nur noch wenige Sekunden sind. Jetzt muss ich gerade zum nächsten Slide weiterkommen. Genau. Für die Konsumenten fühlt sich das natürlich sehr einfach an. Und sehr natürlich. Sie entdecken die Produkte, wo sie gerade sind und können sie auch sofort einfach einkaufen. Wenn wir auf die Unternehmen wechseln, was müssen die denn aber jetzt tun, um diese einfache Erfahrung zu erzeugen? Und was sind die Schritte, um Discovery Commerce zu aktivieren? Und das sind zwei Fragen, auf die wird Kira nun eingehen und euch mehr dazu erzählen. Super. Danke, Andi. Und du kannst direkt auf die nächste Folie gehen. Es sind allgemein vier Bereiche, die von Unternehmen gemeistert werden müssen, um wirklich sicherzustellen, dass Discovery Commerce gut funktioniert. Der erste Bereich ist Personalisierung. Also man muss sicherstellen als Unternehmen, dass eure Kampagnen mit der richtigen Signal Strategy hinterlegt sind. Also wie können die Signale der Nutzer eingebunden werden mit dem passenden Media Setup? Dann der zweite Bereich ist Inspiration. Wie können sie starke Formate und Creatives nutzen, die zur Interaktion führen? Der dritte Bereich ist das ganze Bereich Konvertierung. Konvertierung. Also wie konvertieren wir wirklich User, dass sie zum Käufer werden, mithilfe von Tools und Funktionen? Und der dritte Punkt, den wir als ganz wichtig empfinden, ist der ganze Bereich Lernen und Optimieren. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Also das scheint eigentlich wie ein sehr simpler Prozess, aber wir sehen ganz oft, dass auch jedes Unternehmen etwas anders tickt und deswegen muss jedes Unternehmen auch einen eigenen Lernansatz haben, um zu sehen, was funktioniert denn gut. Einmal gerne durchklicken, Andi. Und auch direkt zur nächsten Folie. Genau, es gibt eine, und hier kannst du auch einmal alles genau durchklicken, es gibt eine ganze Reihe an Tools und Möglichkeiten, die zum Erfolg führen können. Und oft liegt wirklich in der passgenauen Kombination die Magie, um Discovery Commerce richtig zu aktivieren. Auf der ganz linken Seite, im gelben Bereich, sehen wir die Fundamentals oder die Basics, wie wir sie nennen. Und das sind wirklich die Grundlagen für den Erfolg. Man muss einmal die Erfassung der wichtigsten Nutzersignale optimieren, ob das jetzt mit dem Pixel noch aktuell ist, oder wenn wir uns in die Zukunft bewegen, wo in die Coqueless Future, dass man das dann mit der Conversions API bei uns macht. Dann gibt es den Produktkatalog. Der Produktkatalog sorgt dafür, dass personalisierte Angebote wirklich benutzt werden können, und die sind essentiell. Dann muss man sicherstellen bei den Basics, dass ein optimales Setup der Kampagne besteht, damit Machine Learning und die Automatisierung wirklich die glücklichen Zufälle erzeugen können, damit Nutzer, so wie Andi, vorhin diesen Computerstand finden können. Dann sind wir im grünen Bereich, der ganze Aktivierungsbereich. Und da kommen spezielle Commerce-Lösungen in den Fokus. Zum Beispiel Ads. Da haben wir Dynamic Ads, wir haben Produkt Tags, oder wir haben auch das ganze Thema Collaborative Ads. Da werde ich nachher auch noch ein paar Beispiele zeigen. Dann gibt es in der Mitte den Conversational Commerce-Bereich. Also wie kann man die direkte Kommunikation mit den Usern machen? Und was man auch sicherstellen muss, ist nochmal die Shopping-Oberflächen. Ist man auf Instagram-Shopping unterwegs, also hat man eine Shop-Seite auf Instagram und hat man eine Shop-Seite auf Facebook? Das sind die wichtigen Sachen bei uns. Und dann nochmal zu guter Letzt, wie gesagt, der ganze Testing- und Lernansatz, damit man sicherstellt, dass man immer weiter seine Kampagnen optimieren kann und die Discovery Commerce-Journey immer ein weiterer Journey ist und nicht quasi ein Endziel. Ich könnte jetzt stundenlang über diese Folie sprechen und auch über die ganzen Lösungen auf der Folie, aber ich denke, es ist noch besser, wenn ich euch einfach ein paar Beispiele zeige, wie Kunden das erfolgreich gemacht haben. Als erstes haben wir hier ein Beispiel von Samsung. Samsung in Deutschland hat Dynamic Ads als eine Always-On-Strategie benutzt, um ihr gesamtes TV-Sortiment zu verkaufen. Was haben sie denn überhaupt gemacht? Also sie haben Dynamic Ads geschalten, um Kunden zum einen zu identifizieren und dann auch nochmal im Retargeting zu nutzen. Sie haben insgesamt ein Produkt-Set von über 400 Artikeln benutzt und diese Kampagnen laufen andauernd, also die ganze Zeit. Warum ist das Ganze wichtig oder warum habe ich jetzt Samsung auch als Beispiel mitgebracht? Andi hat vorhin gesagt, was wir als wichtig sehen im Bereich Discovery Commerce, ist, dass Unternehmen wirklich mal überlegen, ob die Zielgruppen, die sie aktuell haben, die Annahmen für die Zielgruppen, ob das noch die richtigen sind. Und Samsung hat gesagt, sie stellen das in Frage und haben jetzt einen ganz anderen Ansatz, wirklich um neue User zu finden, die sie vorher mit ihrer alten Strategie nicht berücksichtigt hätten. Dann gerne Andi zur nächsten Folie und zum nächsten Beispiel. Das ist jetzt ein Beispiel, wie ich es schon erzählt hatte, zu Collaborative Ads. Mit Facebook Collaborative Ads können Einzelhändler einfach und sicher die Performance-Marketing-Kampagnen von Marken dafür nutzen, ihre Produkte zu bewerben, wie in diesem Fall DM und Milupa gemeinsam. Milupa hat keinen eigenen Online-Shop und deswegen teilt quasi DM den Produktkatalog oder ein Segment aus dem Produktkatalog, nicht den gesamten Produktkatalog, mit Milupa und Milupa kann darauf zugreifen. Und die Konsumenten, die dann die Milupa-Anzeigen sehen, sind quasi Personen, die im DM-Online-Shop per Signalen sichergestellt oder schon mal gezeigt haben, dass sie Interesse an dem Produkt haben und werden dann entweder in die App geleitet oder auf die Website, je nachdem, was Milupa und DM hier ausgewählt haben. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit, wie vor allem auch Kunden aus dem FMCG-Bereich wirklich im E-Commerce-Bereich oder im Discovery-Commerce-Bereich präsent sein können. Genau. Dann gerne zum nächsten Beispiel, Andi. Das hier ist ein Beispiel, das auch aus der Pandemie heraus von Made.com. Made.com war eins der Läden, die nicht mehr die Möglichkeit hatten, während der Pandemie oder während der Lockdowns ihre Möbel zu verkaufen, weil die Personen nicht mehr in den Laden kommen konnten und sich anschauen konnten, wie groß ein Sofa ist, wie groß ein Sessel ist und haben dann gemeinsam mit unserem Creative Shop bei Facebook und mit einem Partneragentur zusammengearbeitet, um einen AR-Filter zu bauen. Und hier sieht man ganz gut, wie man wirklich diesen Sessel quasi bei sich in die Wohnung stellen konnte, um zu schauen, passt dieser Sessel. Also hier sehen wir nochmal einen wirklich sehr inspirierenden Ansatz, wie man direkt Produkte zu Hause testen kann und dann verkaufen kann. Ich habe euch noch ein Beispiel mitgebracht. Gerne auf die nächste Folie gehen. Genau, von MyBestBook. MyBestBook hat unsere neue Lösung Conversion API benutzt. Die Conversion API ist eine sichere Integration, die es Werbetreibenden ermöglicht, wichtige Web- und Offline-Ereignisse direkt vom Kundenserver mit Facebook zu teilen. Die KPI funktioniert im Vergleich mit oder zusammen mit dem Pixel am besten und ist aber auch etwas weniger anfällig als der Pixel. Also wenn der Browser abstürzt, dann werden trotzdem noch die Signale weitergeleitet an Facebook. Was MyBestBook sehen wollte in 13 europäischen Märkten, war, ob die Conversion API-Integration sich wirklich gelohnt hat und hat einen Test gemacht, eine Zelle nur Personen oder User, die mit dem Pixel angesprochen wurden und die andere Pixel und Conversion API gemeinsam. Und hier sehen wir bei den Zahlen, dass die Zelle, wo wir beide Sachen implementiert hatten, hat deutlich besser funktioniert. Genau. Gerne zur nächsten Folie, Andi. Was ich jetzt noch mit euch teilen möchte, sind ein paar sehr zukunftsträchtige Beispiele. Also wirklich The Future of Shopping. Das sind Themen, die in Europa noch nicht verfügbar sind. Eine Minute. Ja, genau. Dann gebe ich ganz kurz noch dieses Beispiel. Genau, Live Shopping. Genau, hier seht ihr, wie man Einkäufe von Produkten in Echtzeit sehen kann. Hier die Influencerin Nikita Dragoon hat eins ihrer Produkte auf Instagram hier verkauft und am Ende waren 5000 Leute, die das Produkt in den Warenkorb gelegt haben. Dann würde ich kurz, Andi, die zwei letzten Folien überspringen und an dich übergeben für das Schlusswort. Genau, vielen Dank. Ich glaube, was wir sagen möchten und euch mitgeben möchten, ist, es geht immer mehr in die Richtung, die Leute suchen nicht mehr direkt ihre Produkte, sondern die Produkte finden die Menschen. Und um das zu ermöglichen und damit zu wachsen, müssen jetzt ist gerade die Zeit, diese Fundamentals, diese Basics zu implementieren. Also über die technischen Grundlagen, Signals, Kataloge, die richtigen Audience anzusprechen und so weiter, um von dieser Automatisierung profitieren zu können und somit auch für die Zukunft des Shopping gewappnet zu sein. Wenn es in Zukunft von euch dazu Fragen gibt, sind Kira und ich natürlich gerne für euch verfügbar. Hier seht ihr unsere LinkedIn-Profile. Kommt einfach direkt auf uns zu, wenn es irgendwas gibt. Wir sind froh, wenn wir euch da eure Fragen beantworten können. Und vielleicht gibt es jetzt ja noch eine aus der Runde heute hier. Yes, für eine Frage haben wir noch Zeit. Ich kann bestätigen, die beiden sind sehr nett und beißen nicht. Also lasst denen gerne einen Connect da bei LinkedIn und haut denen mal eine Frage rüber. Die connecten oder helfen euch dann direkt selber weiter. Ich blende noch mal eine Frage ein. Auf jeden Fall erstmal, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr das mit uns geteilt habt heute. Genau. Und dass wir auch drei Umfragen hatten und die erste nicht ganz ging. Aber ich glaube, wir wussten eh, auf was das hinauslaufen sollte. Die hatten wir, waren direkt in Instagram, ist ja ein bisschen in Amerika schon, aber nehmen wir die mal rein. Ich glaube, die sehen viele, die jetzt auch hier sind im Chat und da würde mich auch mal interessieren, wie ist da bei euch intern so ein bisschen die Argumentation. Also Robert fragt, die Werbekosten bei Meta sind zuletzt massiv gestiegen. Vermutlich, weil einfach unendlich viele Leute dort werben. Mittlerweile auch kommen. Äh, mittlerweile auch kommen. Wo seht ihr die Gründe? Fallen da nicht auch einige Händler raus, für die es sich einfach nicht mehr lohnt? Was sagt ihr dazu? Also, ich habe gelesen, bis zu 40, 50 Prozent im Mittel gestiegen, teilweise die Werbepreise. Ich glaube, das ist eine sehr vielschichtige Frage. Die erste Antwort oder die erste Frage dabei ist, denke ich, wie definiere ich den Werbepreis? Wenn ich jetzt auf einen bloßen CPM schaue, dann sind die gestiegen durchaus, je nach Branche auch unterschiedlich. Aber der CPM ist für uns gar nicht der primäre Wert, wenn wir auf Werbung schauen. Wir schauen eher auf das, das Optimierungsziel oder auf das Werbeziel, was die einzelnen Kunden haben. Und hier können wir sagen, dass, dass dieser Anstieg nicht ganz so massiv ist. Wenn ich zum Beispiel, gerade Commerce ist ja, während, wenn ich auf, auf Conversion optimiere, dann kann das durchaus sein, dass wir in 10, 20 Euro CPM-Region sind, aber im ROI oder ROAS sehr, sehr gut da sind. Sonst würde die Nachfrage auch nicht. Aber worauf man sich einigen kann, ist ja schon, dass es wahrscheinlich kompetitiver geworden ist. Es ist definitiv kompetitiver geworden über die letzten Jahre. Die Nachfrage, da können wir uns definitiv gar nicht beklagen. Aber ich glaube, hier ist wichtig immer zu sagen, wie war es, wird preisgleichgesetzt? Reicht das einfach? Ich habe einen Reach oder eine Impression erreicht. Da haben wir durchaus einen Preisanstieg in der Effektivität oder Effizienz hinten raus. Sehen wir das nicht ganz so stark. Okay, okay. Ein zweiter Punkt ist, denke ich, auch dieses Jahr nochmal sehr stark ein Pandemiefaktor, wo wir sehen, dass Budgets in 2020 über alle Kanäle hinweg eingespart wurden und dieses Jahr, vor allem auch im ersten Halbjahr, deutlich stärker nachgeholt oder ab Q4 letzten Jahres wieder eine deutlich höhere Nachfrage über alle Kanäle. Da war das natürlich dann zusätzlich einen Faktor. Im Endeffekt ist es halt die Nachfrage, die einfach auch gestiegen ist und umso mehr Leute sich um die begrenzten Plätze prügeln und so steigt auch der Preis. Wir sind ein optionsbasiertes System. Das verstehen alle Programmatic-Leute hier nur zu gut und das ist ein ganz natürlicher Faktor dabei. Ja, klasse. Dann sage ich danke an euch beide. Frohes Schaffen noch und genau, hoffentlich bis bald mal wieder. Tschüss Kira, tschüss Andi. Danke für die Einladung. Ciao. 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 Vielen Dank.